Yo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alle gegen den Würfel, den Woody hier. 20. Spieltag ist angesagt und der Woody, der war mal so großzügig, mir beim letzten Spieltag eine Chance zu geben, ich hab den mal gewonnen. Wie es zwischen uns steht, hier oben in der Infokarte, geht es zur letzten Folge, dort im angepinnten Kommentar, die Bilanzen der bisherigen Saison. Ihr habt alle zahlreich mitgemacht, wie viel waren es? 35 Leute, hier das Top 5 Ranking zum letzten Spieltag. Platz 1 Jan SCF mit 14.42, auf Platz 2 Krypto Krake mit 14.27, auf Platz 3 Toli, das bekiffte Handtuch mit 12.02, auf Platz 4 Gianni vom Berg 10.67 und auf Platz 5 Bex SE 10.37. Ja, Bex SE hatte sogar Glöckbach vergessen, wäre vielleicht noch ein bisschen weiter hochgerutscht mit seinen 1.6, ja, wäre ein Platz besser gewesen. Ja, was gibt es sonst dazu zu sagen? Ja, Platz 1, bemerkenswert. Die Top-Quoten, die er sich geangelt hat, waren Hertha-Oswert-Sieg und der Eintracht-Heim-Sieg. Ja, man hätte den Woody-Rekord, ja, irgendwie nur schaffen können, wenn man 8 von 9 richtig gehabt hätte und dann auch noch alle hohen Quoten. Deswegen war es schwierig, dennoch gehört der angegriffen und von der Wand geholt. 22.67 steht der jetzt und ja, hier unten sind Kommentarfelder im angepinnten Kommentar. Ja, hier die Copy-Paste-Vorlage. Dementsprechend löschen in eurem Kommentarfeld, was ihr nicht denkt. Also, dass ich eine klare Tendenz eher sehe und ja, hier so schicke Listen machen kann, die ich dann schön bunt auswerte. Gut, hätten wir es dazu. Dann der Hinweis. Die Freitagspartie. Schalke zu Gast bei Hertha. Auf The Zone. Und hier ein kleiner Vorgeschmack. Jo, und diesen Gratis-Monat von The Zone, den gibt es bei uns hier in der Beschreibung. Unbedingt über uns anmelden. Auch Serie A La Liga und ja, im kommenden Monat natürlich auch Champions League, Euro League. Wieder einiges am Start. Superbowl natürlich auch. Ja, checkt da mal ein. Gerne auch das Abo direkt abschließen. Ja, haut mal rein da. Gut, dann des Weiteren. Der Willkommens-Bonus von Bett3000 steht auch bereit in der Beschreibung für euch. 100% auf bis zu 150 Euro. Checkt da mal ein. Top-Quoten. Und hier direkt die vom Spieltag eingeblendet. Erwarten euch da außerdem 20% Cashback-Funktion und ja, diverse andere Sachen wie Power-Kombis etc. pp. Also, holt euch den Bonus, rockt den erfolgreich runter. Und wir legen los mit der Freitagspartie. Da haben wir, wie gesagt, Hertha gegen Schalke. Ich entscheide mich für das X, weil ich denke, ja, Hertha natürlich die letzten Wochen immer schön eklig. Werden auch gar nicht vielleicht unbedingt mehr als auf einem Punkt spielen. Könnte so ein ähnliches Spiel geben wie gegen Gladbach vor Weihnachten. Schalke sich mit einem leichten Plus, aber ja gut, die haben auch dieses 5 zu 0 aus München noch zu verarbeiten. Aber ich denke, die werden das abschütteln. Tendenz leicht eher Richtung Schalke, aber am Ende gibt es ein Remis. Okay, deswegen, ja, eingeloggt und der Woody sagt, das gibt ein Hertha-1-Heimsieg. Gut, nächste Partie Borussia Dortmund gegen Union Berlin. Da gehe ich na klar auf die 1. Wird natürlich nicht so ein Kanter-Sieg wie gegen Köln. Also auch nicht so ein einfaches Spiel. Denk mal so ein 3-1, 3-0-2-1, irgendwie so weit um den Dreh. Also, ja, schon ein bisschen enger. Ich denke halt, die Berliner sind natürlich körperlich erstmal robuster und auch taktisch ein bisschen besser organisiert. Geht es nicht so schnell ab wie gegen Köln. Aber klar, für mich eingeloggt die 1. Und der Woody sagt, es gibt den Heimsieg. Nächste Partie Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen. Da gehe ich auf die 2, weil ich sehe leichte Vorteile bei Bayer Leverkusen. Sind gut reingekommen ins neue Jahr. Und, ja, Hoffenheim, ein bisschen glücklich. Sieht man ja auch irgendwie an den Toren da in Bremen gewonnen. Aber, wie ich denke, verdient. Hat ja auch den Tagessieg, Spieltagssieg gegen den Woody letztendlich geholt. Die 2-9, die ich da mir eingesagt habe. Ja, am Ende war ich deswegen glücklich. Werder, ja, kribbelig sind sie. Das merkt man. Und das war sicherlich auch ausschlaggebend für den letzten Hoffenheim-Sieg. Daheim zuletzt gegen Frankfurt. Die Niederlage. Ja, und die sind immer zu Hause auch ein bisschen wackelig. Ja, wenn, am Ende legen sie noch einen drauf. Aber ich glaube, da weiß Leverkusen mit umzugehen. Die sind konditionell wirklich gut drauf. Also deswegen denke ich, es gibt einen knappen Auswärtssieg. 1 zu 2 oder so. Also, Leverkusen eingeloggt. Und der Woody sagt, es gibt den Heimsieg für Hoffenheim. Dann haben wir Düsseldorf gegen Eintracht Frankfurt. Gehe ich auf die 2, trotz Trainerwechsel. Jetzt ja frisch passiert mit Funkel heute Mittag. Uwe Rösler ist da am Start. Sicherlich kein schlechter Wechsel. Also da benötigt es einen neuen Impuls. Denke ich schon, dass das sinnvoll ist. Wird sich aber, glaube ich, am Wochenende noch nicht so dermaßen auswirken. Da ist jetzt auch nicht so eine Ikone des Vereins, dass der ganze Verein da irgendwie gepusht ist und das Publikum Teteré singt und so weiter und kampfeswillig ist. Nein, Uwe Rösler hat mit Düsseldorf bisher gar nichts zu tun. Ich denke auch, die Spieler und die Fans sind ein bisschen irritiert. Werden es im Laufe der Phase sicherlich kapieren, wenn Uwe Rösler den Erfolg hat. Aber den wird er am Wochenende noch nicht haben. Ich gehe von einer 2 aus. 1 zu 2 für Frankfurt. So, der Bulli, der sagt dazu, es gibt das X. Wäre ja zumindest ein Teilerfolg. Nächste Partie Mainz gegen Bayern München. Brauchen wir, glaube ich, nicht lange drüber schnacken. Das gibt eine 2. Denkt man 0-3, 0-4, 1-3, 1-4. Irgendwie so was um den Dreh. Dürfte eine sichere Angelegenheit sein, weil, ja, in Gladbach wussten sie nicht zu überzeugen. Die Mainzer ganz im Gegenteil. Und die Bayern, die sind richtig gut drauf. Klare Angelegenheit für mich. Und der Bulli sagt, es gibt den Bayern-Sieg. Gut, Augsburg gegen Werder Bremen als nächstes. Dann, glaube ich, es gibt eine 1. Auch einen knappen Sieg. 2-1, 3-1, irgendwie so was um den Dreh. Vielleicht noch ein spätes Tor zum 3-1. Obwohl Werder Bremen gerne gegen Augsburg spielt. Ist ja wirklich der Lieblingsgegner. Ich glaube, die letzten 4-mal haben sie allesamt gewonnen. Glaube ich halt, dass Augsburg die Idee, mehr Erfahrung in solchen Partien Richtung Abstiegskampf hat. Werder ist die letzten Spiele komplett damit überfordert. Trotz 0-1 Sieg da in Düsseldorf. Man hat es letztes Wochenende gemerkt. Die Nerven, die Hibbeligkeit, die sind sofort da. Wie gesagt, man braucht sich nur die Gegentore anschauen. Und ich denke, da ist Augsburg einfach wirklich schon mal ein bisschen besser vorbereitet. Man erinnert sich an dieses dreckige 0-1 in Paderborn. Da stand man, glaube ich, auf dem Relegationsplatz. Hat sich dann wieder Luft verschafft. Also, die machen das dann schon halbwegs souverän. Und ich glaube, der Schmidt, der hat da einfach insgesamt natürlich mehr Erfahrung als Kohfeldt. Wo soll Kohfeldt die auch sonst haben? Ja, deswegen denke ich mal, können so einen dreckigen 1-0-2-1, ja, nee, 3-1 hatte ich auch gesagt, irgend so einen Sieg auf jeden Fall Augsburg geben. Gut, der wurde gesagt, es gibt den Auswärtssieg für Werder Bremen. Gut, dann als nächstes die Samstagabendpartie 18.30. Leipzig gegen Gladbach. Gehe ich auf die 1. Ich erwarte mir eine Reaktion von RB Leipzig. Klare Worte sind gefallen. Der Friseurbesuch wurde thematisiert. Der Drangnick hat sich sogar eingeschaltet. Ja, und wir brauchen nicht über das Frankfurtspiel sprechen. Das war nicht viel außer 20 Minuten. Ein bisschen Gas nach vorne ohne Torerfolg. Ja, und Gladbach 2-3-1 gewonnen, aber so richtig überzeugt haben sie auch nicht. Haben drei Tore geschossen, die, glaube ich, RB Leipzig nicht zulassen würde. Deswegen sage ich, es gibt so einen 2-0-3-0-3-1. Auf jeden Fall einen klaren Sieg für Leipzig. Der Woody, der sagt, es gibt ein X. Gut, dann am Sonntag die erste Partie. Köln gegen Freiburg. Da gehe ich aufs X. Und ja, ich denke halt, die Freiburger müssen mal wieder punkten. Und wenn sie sich zusammenreißen, können sie das auch in Köln. Köln muss ein bisschen natürlich, klar, also das BVB-Spiel abschütteln. Das kriegen sie aber auch schnell hin. Aber ich denke, wenn Freiburg das konzentrierend macht, ist da so ein 1-1 drin. Vielleicht sogar 0-0 oder sowas. Köln natürlich heimstark, aber ja, Punktgewinn für Freiburg ist auf jeden Fall, glaube ich, da das erklärte Ziel. Werden gar nicht groß auf Sieg spielen. Klar, werden die auf Chancen lauern. Aber mit einem Punkt werden die zufrieden, um den Abstand zu halten Richtung Köln. Sind Erfahrener, werden das schaffen. 1-1 mein Tipp. Gut, der Buddi sagt, gibt nichts, schließt sich an. Paderborn gegen Wolfsburg. Da wage ich mal den Heimsieg. Weil ich glaube, die nehmen einfach die Mini-Euphorie aus Freiburg mit. Trotz zweier Gesperrter. Collins und Jasula sind natürlich enorm wichtig. Aber es ist ein Heimspiel. Es ist Sonntagabend, das letzte Spiel des Spieltags. Da könnten sich Chancen auftun, vielleicht sogar auf Platz 15 zu kommen. Und da muss alles mobilisiert werden. Da muss alles reingeballert werden. Weil die Wolfsburger ja zuletzt auch eher mäßig gespielt haben, wenn nicht sogar enttäuscht haben. Der Buddi sagt zu der Partie, es gibt den SCP-Sieg. Gut, hoffen wir das doch. Gut, das war es mit unseren Tipps. Hier unten sind eure Kommentarfelder. Füllt die gerne. Und wir haben noch einen Tipp zum Einloggen. Und den haben wir hier. Wir nehmen den Handicap-Sieg von RB Leipzig aus angesprochenen Gründen. Und zudem, wo es eine ähnliche Krise nach dem Freiburg-Spiel gab, also auswärts 2-1-Niederlage hatten sie ja mal, da ist der Nagelsmann laut geworden. Und danach gab es ein 1-6 oder 1-7 in Wolfsburg im Pokal. Ne, 1-6 war es. Und das 8-0 gegen Mainz. Es wird natürlich nicht so hoch ausfallen, aber ich glaube 2-0-3, 0-3-1, wie gesagt, irgendwas um den Dreh, wird RB da machen. Dani Olmo ist sicherlich schon auf der Bank. Könnte einen Effekt geben. Ähnlich wie Holland, könnte ich mir das vorstellen. Ja, schöner Tipp. 2-4-Quote. Loggen wir so ein. Gut, wie gesagt, auch gerne ein Däumchen herlassen. Kommentarfelder sind da unten. Und ja, wir sehen uns als nächstes zur Übertore-Challenge. Tschö!